Hallo aus Papenburg! Seid ihr auf der Suche nach einer neuen Idee für euer nächstes Event? Besucht uns doch mal im Laserschießkino Papenburg. Ob Vereine, Firmen, Geburtstage für Groß und Klein. Wir machen alles möglich. Bei uns könnt ihr in gemütlicher Atmosphäre ein paar schöne Stunden verbringen. Und ich komme ins Spiel, wenn es um die Leckereien geht, in welcher Form auch immer. Völlig angepasst an den Wünschen unserer Gäste. Herzlich Willkommen! Bis zum nächsten Mal!